Okay. Ah. Wir sind also fast fertig. Oh. Wie fast fertig? Womit fertig? Achso. Ich dachte, du wolltest noch... Ah ne, geht ja nicht. Okay, alles klar. Ich bin nicht gespannt. Ich hätte mal eine Pipi-Pause vorgezogen. Rechteck. Kannst du auch machen. Dann fällst du kurz raus. Ja, klar. Kannst du machen. Äh. Ja, ja. Ist also einfacher. Ja. Was? Ach. Ach. Ja. Ja, ja. Ist gut. Ach nee, auch gut. Äh. Wie ist das? Ah ja, ist das ehrlich? Auch alle? Ja, natürlich. Achso. Lass uns entscheiden. Was ist das? Ja, da oben drauf. Äh. Okay. Oh man. Oh man. Oh man. macht das nicht immer mal die Männer so schlecht. Äh. Spermium. Wie? Sieht doch auch an. Ähm. Naja, fast nicht. Ja, ich bin ja keine Biologie. Ja, ich bin ja keine Biologie. Ja. Ich hab mich mit Sperma ausgebaut, danke. Was. Kann du mir nicht essen? Ah. Sie. Siehst du? Siehst du? Wie? Ah. 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 Mann. Äh. Hä? Äh? Hä? Äh. Ich weiß nicht, weil ich es doch anders malen kann. Achso, vielleicht. Ist schon gut, ist schon gut. Es sieht gut aus. Guck mal hier! Daumen! Daumen! Yay! Dich! Alex, komm! Okay. Das ist heiß. Deswegen hab ich den Ball gemalt. Oh je. Oh je? Äh. Mhm. Äh. Oh. Ähm. Ähm. Die wollen's in Englisch, ne? So viel sollte man vielleicht dazu sagen. Shit-fucking-car. Schönes, funkenes Auto. Ah, und auch das... Ja, Englisch. Ja. Toll. Ja, ich hab's aber trotzdem. So. Boah. Ja. Nieder egal. Nieder egal. Ja, zwischendurch eine kleine Subi-Parodie einstreuen. Hä? Hä? Blumenkuhl. Äh, ne. Zum Dank. Hä? Umnahmen? Zahlt doch nicht so... Äh. das hat ein bisschen was hypnotisieren dass ich bin ich bin auch von der trance schon die vorsteht Alex nicht genau tut mir leid Alex ich verstehe dich nicht jetzt kommt er da warte ich kann das nicht so so ja so ist nicht einfach ach so ist auch so auch nicht schon wieder das was er macht sondern das was er ist genau nicht was er isst also kein hasenbraten ich hab's auch gerade noch gekriegt hast du den hasen gerade noch im oh so was von oh man ey okay what is that denn for a word oh my god what is that denn for a word allein für das große wort oh mein gott ey also es ist kein außerirdisch auch wenn er so aussieht aber ach so ich war ja punker passt auch nicht ne vielleicht hat er da ja ne wunde ich hab mehr nicht zu sagen vielleicht schreiben wir ja das irokisen falsch ne ne oh Alexi wieder ja es wurden alle teile des wortes wurden schon genannt ja ihr müsst sie nur in der richtigen kombinationen verwenden das sieht aber aus als hätte man einen mit Backstein erschlagen das sieht aus boah boah das ist schwer das ist wirklich scheiße das ist wirklich scheiße wenn ich noch ein Dorn runtergeben würde ich es machen Frisur hat gerade Frisur geschrieben aber auch nur 290 aber mit i ja 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 ich weiß sie ich weiß mir doch egal ja auf 4 Meter nur ich denke meine nächste Runde mache ich nicht mehr mit meine Konzentration jetzt nach oh ne ach so ach so das ach so das schon deswegen dachte ich ja wir machen noch ne Runde was anderes das schon deswegen hast du was gedacht wir machen noch ne Runde was ohne denken ich äh ich äh zwei Runde zack oder so ich wollte grad sagen ich wollte grad sagen ich wollte grad die Gedanken woanders was oh mein Gott ey was ist das denn schon wieder oh ich krieg immer so kack ey äh 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 ich versuche es nochmal mit was anderem ja das wird mich nicht sein Oh, ohne P! Oh, ficken. Oh Leute, Achtung! Achtung! Ich könnte schnell gehen. Oh, okay. Planke, Handy... Ich weiß nicht mal, wie es geschrieben wird, verdammt! Ich auch nicht! Was? Oh, ja. Wenn einfach, einfach, einfach ist. Ja, doch, das ist geschrieben. Englische Wort für Rauzel. Oh! Oh Gott! Hashtags! Hashtag bescheuert! Grün, man nicht grün. Schwarz. Alex fängt immer damit an, dass du das erste Mal wegmahlst. Ja, genau. Erstmal einmal die Leute irritieren und dann so. Jetzt male ich mal was ganz anderes. Das, was ich jetzt gemalt habe, ist es nicht. Ich male jetzt mal was Neues. Äh... Ach, was? Ach! Dă! Ehh, jetzt llega eu Baby. Taka lacht! Taka lacht! Oh mein Gott! Äh... Äh, äh, эhm... Verdammt, verdammt. Haare Ich habe überhaupt nicht mehr Ich habe oben gar nicht auf die Buchstaben geguckt Ich dachte mir Okay, ja, wieder ein Erokeser, alles klar Oh mein Gott Oh meine Herren Das ist halt Wenn man kein Gehirn mehr hat Gehirn im Wald verloren Vier Buchstaben nur Ähm Ähm What? Oh, nein Oh Oh, ah Ja, oh Gott Ja, klar Ich depp Oh, du depp Nee Ich depp Erstmal alles schon mal irgendwie da Aber Aber Ja, aber Äh Boah, ich habe die ganze Zeit gedacht Da hätte Welt schon gestanden Deshalb habe ich das gar nicht versucht Oh, weia Sie ist auch durch Ich bin immer durch Ich dachte, wir sollten noch eine Runde Fangspiel Ich bin durchgeboren, das kann man ja nicht Doch, sicher könnt ihr das Doch, sicher könnt ihr das Nein Oh Nein Perfekt Ja, ist klar Super besser als mein Ja Ach, naja Du bist ein Fünffinger Ich bin ein Kuppelfinger, ja Jawohl Dann kommen, da holen sich die Begriffe ja auch Den Daumen mach ich jetzt nicht ganz lang Du musst vielleicht auch ein Pfeil hin machen Sie Wieso Ja, weil Ist Johan Da war Johan ja nicht da Stimmt Ach, deshalb Ich dachte, das ist eh allen klar Nein Dann war er doch nicht da Ja Ja Warte, ey Ja Ist auch wieder so lang Scheiß, die Wand an, das ist lang Nein Ähm 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 ich habe ich habe ja die idee dass lexi auf dem holz ja aber jetzt geht ja wohl um ganz was anderes was du jetzt eingeben hast also irgendwie das geht auch anders genau schmerz auch ja oder enthaarungscreme ja ich sehe ihr kennt euch ja natürlich ja gerade ja und jeder der sich dieses video anguckt versteht auch was ach so jetzt haben wir wieder ein rebus das ist total eindeutig aber erst mal mitternachtsmahl weißt du mitternachtsmahl 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 ich bin echt ein bisschen ja viel kacke ich muss mir nur eine kuh da drum machen das ist keine kuh dafür ist das wort zu lang ja ja das ist es einmal noch ein anderes wort gesucht und schon was da ja ich könnte mal noch ein bisschen anderes machen ja ich hatte auch frikadelle schon geschrieben oh mein gott oh mein gott das war wohl die farbe ja ja die ließ mich leider andere asituationen und dann kam ich da nicht mehr weg kommt mich nicht mehr raus wenn ich halt mal so denke kacke auf das ist bestimmt wieder irgendein tier was er nicht zeichnen kann genau schnabbeltier äh gut können wir jetzt jede art von vogel sein ja genau ja genau jede art von vogel ähm ach so plafone papier glück dir erst später damit raus worum es geht ich schwieg unfassbar wie geil wie die dings gibts uns Die Füße, die waren eben schon mal irgendwo. Das ist definitiv, okay, jetzt muss ich mehr. Deine perversen Gedanken sind manchmal schon recht überraschend. Genau. Ich bin wieder ein Tier, aber kein Schnödel-Dödel. Nein. Ähm. Wow. Ich bin zu langsam. Oh Mann. Ähm. Ja. Ein bisschen anders schreiben. Ich wollte gerade dran denken. Ach ne, darf ich jetzt noch gar nicht sagen. War nicht falsch. Naja, ich wollte auch gerade schon etwas Falsches sagen. Hinten anders, Pinky. Halt schon. Ja, jetzt. Wie in einem Land vor unserer Zeit, Felicera, dass du in einem sagst, du hast einen schönen Flaggschädel. Finde ich so niedlich. Hinten anders. Ja, das ist jetzt schon ein typischer Pinky Tisch. Hinten anders. Ich meine aber nicht. Hinten anders. Hinten anders. Hinten anders. Hinten anders. Hinten anders. Hinten anders. was? wie? persönliches Pech ähm ähm ach oder? nur einer Einer, Alex. Alex, ein Einer. Sieß Klohäuschen. Okay, letzter Sekunde. Ich wollte eigentlich noch ein paar Platz hinschreiben, aber ich habe gedacht, das ist zu kurz. Ja, die Sache mit dem Denken. Das täuscht. Nee, das täuscht, das mit der Länge täuscht. Das sind nicht 30 Zentimeter. Zu lange. Oh! Ach so. Was? Wollt ihr mich verkackern? Ständer. Ein Buchstaben wählt genau. Ständer. Oh, super. Oh mein Gott, ey. Herrlich. Pinky. Danke. Ich weiß ja noch nicht, was draus wir. Äh. Ach so, nee, ähm. Wissen wir da jetzt auch schon Bescheid. Zieh dir aber noch mal einen durch. Aber Bombe war auch nicht schlecht. Ja, im Ansatz war das echt eine Bombe. Komm, löscht direkt noch mal. Ach du Kacke. Was denn das ist? Oh. Ja, eigentlich. Was? Was denn? Was ist denn jetzt los? Hast du auf dein Bild gekotzt, oder was? War es gerutscht? Es ist abgerutscht. Äh? Gleichzeitig. Nee, tut mir leid. Kann nur noch schlimmer werden. Wieso? Und noch viele geraten. Das hat doch funktioniert. Das ist... Das ist... Das ist die Hauptsache. Ich sag nur William Wallace. Ja. Und ich sag nur Chinesische Mama. Ja, genau. Ich sag nur... Oh. geil also ging es mir gerade auch ne mach besser keine fingernäge mehr hin na gut es ist so einfach was was du schummelst doch ich kriege immer so sachen zur auswahl wie norwegen und schweden und so das ist dann meistens aber nicht ich Das Schlimme ist, dass man es krampfhaft schnell eintippen will. Ja, genau. Und Stift. Mit was? Okay. Ich gebe mich geschlagen. Es ist ein Stift. Sie hat mich wieder überholt. Ich gehe mal wohin. Ich muss auch mal dringend, aber es geht nicht. Wir sind doch gleich fertig. Es ist doch gleich vorbei, Leute. Es ist doch gleich vorbei. Dann muss ich aber dringend mal pippen. Das Ende ist nah. Pickelt euch nicht ein. Hollywood-Decker. Da hast du ja fast... Jetzt übersieht mich keiner mehr. Nee, der ist es hier doch nicht. Er ist in der Zura nicht so, nicht erst, wenn er gekommen ist. Nein, nein, Trips. Ach du Scheiße. Oh, freut euch. Es wird jetzt sehr lustig. Ja, wir freuen uns. Okay. Scheiße. Jetzt noch richtig schreiben. Das ist ja... Genau. Ja. Nein. Wie schreibt er sich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das schreibt. Stratz der Teller. Ah, noch ein C. Ach, Scheiße. Was, sind wir nur noch dran? Ja, zum letzten Mal, glaube ich. Ja. Zum letzten Mal. Oh, das ist ein sehr einfaches Bild. Oh. Das hast du die ganze Zeit schon gesagt. Das ist ja jetzt nicht dein Ernst. Doch. Das wäre voller Ernst. Ja. Was ist das? Ich weiß nicht. Wollt ihr mich verkackeiern? Da kann doch kein Mensch drauf kommen. Ja, da kann doch kein Mensch drauf kommen. Alex, zeichne doch mal neu. Gip doch. Was ist das? Was soll das sein? Wir wirst du gleich sehen. Ja. Ach, stimmt. Wollt ihr gleich sehen. Ich kann es besser zeichnen. Steck. Oh, guck. Mein Mensch drauf. Ja. Nummer 9 Zeichen. Hätte jetzt nichts gebracht. Nee, das stimmt. Ich soll nicht Furry werden. Ja, genau. Auf jeden Fall. Drei Buchstaben nur. Drei Buchstaben nur. Was? Ach, komm. Warum? Was? Ähm. 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 Ich. Was? 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 Waaat? Bück dich. Ähm. Ja, ich kann das nicht malen. Drei Buchstaben. Ja. Was ist denn das? Ja, hör doch. Äh. Bück dich. Ach. Ja, das hab ich verstanden. Ja. Wunsch ist Wunsch. Das kenn ich. Nur dadurch. Wunsch ist Wunsch. Wunsch ist Wunsch, Fee. Bück dich. Bück dich hast du ja, klar. Bück dich. Oh mein Gott, ey. Oh nein. Oh, sag das doch. Gefährlich, die ich je gesehen hab. Bück dich. Oh, warte. Sophie und ich, ey. Bück dich. Bück dich. Ja. Was ist das denn? Ein Amalen? Ach doch so. Was? Alles klar. Jetzt wird es klar. Ja. Sein Gott, ich habe Kopfschmerzen. Ja doch, doch bitte. Ja. Das kommt dann auch irgendwann dabei raus. Schön. Herrlich. Das hat mich am letzten Satz wie immer. Oh Gott, spielt auch keine Rolle. Darum geht es auch nicht. Oh Gott. Vielen Dank.